herzlich willkommen zu einem shop video gestern das video kam wirklich extrem gut bei euch an trotzdem haben das sicherlich noch nicht alle gesehen deshalb verlinke ich das hier noch mal in der infokarte wäre auf jeden fall sehr sehr wichtig und sehr sehr nice wenn euch das noch mal anschauen könntet und zusätzlich hatte ich im communitytab eine abstimmung gemacht wann ich wieder auf twitch live streamen soll dort wäre es auch noch mal nice wenn ihr abstimmen könntet ist der zweite link unter diesem video in der videobeschreibung dort kommt ihr direkt in den communitytab zur zeit sieht so aus dass zwischen 10 und 12 uhr die beliebteste zeit ist deshalb wird heute das stream auch irgendwann wahrscheinlich so zwischen 10 und 11 uhr beginnen ich muss dann schauen wann ich dort die zeit finde und wenn er dazu natürlich nichts verpassen wollt könnt ihr gerne auf twitch natürlich ein follow da lassen da kommt er mit dem ersten link in der videobeschreibung hin und ich würde sagen wir schauen uns auch direkt den item shop an dort haben wir heute einen neuen skin und seinen finsterherz skin ist im prinzip genauso wie beim liebesranger die dunkle version beim liebesranger hatten wir das hier nur dass man den mit glaube ich 99 kaufen musste und dafür dann aber 2000 wie box dazu bekommen hatte sah aber im prinzip genauso aus war einfach die dunkle version vom liebesranger jetzt gibt es ehemalige auch passend zum steinerd skin was ja schon die weibliche version zum liebesranger ist auch noch mal eine dunkle version die können wir uns allerdings ganz normal mit wie box kaufen ist wirklich eigentlich genau der gleiche skin nur in dunkel gehört dazu natürlich auch dann in der dunklen reihe logischerweise das gibt es natürlich auch noch dieses backpack sieht auf jeden fall ganz nice aus dann gibt es auch die verhexler spitzhacken dazu finde ich sehen auf jeden fall deutlich besser aus als die normale version von diesen spitzhacken dann aber zunächst ist noch den astra skin und dort einmal den standard und den stern stil dann die sternbild lackierung als nächstes haben wir dann noch den night wire skin dann die schalenschläger spitzhacke dann den träume für sie mod dann noch die rote verteidigerin einmal mit kopf bedeckung und ohne kopf bedeckung als nächstes dann noch den fall ab lachen im boot dann den durch die decke im mode noch und dann natürlich noch mal bei den zonen angeboten den die altbekannten skins einmal captain america dort immer noch das gleiche das schild kann man auch als spitzhacken benutzen und dann gibt es noch den effekt von salida zu dann gibt es noch als nächstes hier den strandbomber skin mit der farben stern lackierung und dann den farbenflieger als gleiter und das waren auch schon mal alles items aus dem heutigen shop und es war es auch damit mit dem heutigen shop video ich habe es natürlich gefallen wenn es so sein sollte das gerne feedback da außerdem würde ich mich natürlich wie gesagt freuen wenn er nachher auch auf einem tisch kann vorbeischaut und dabei seid und dann bis zum nächsten video